Steam. Screenshot normalerweise. Okay. Oh fuck. Ungetroffen. Lüft weg. Wie sieht man den Rücken? Der Baum verschwunden. Ne, da vorne steht er. Oben läuft da noch einer. Geht um mit dem Baum. Ich glaube ich habe ihn. Ich weiß wo. Jetzt weiß ich wo. Graffi, ich brauche einen Pflaster. Das war der wahrscheinlich den ich unten gesehen habe. Hebel. Da hört sich wahrscheinlich auch. Hey, da oben ist es wahrscheinlich viel besser, weil da nicht so viele Felsen sind. Ich wünsche mich mal vorsichtig zu einem umgefallenen Baum. ? ? ? ? AK-47 So beschlagnahmt Oh, da waren nur zwei Magazine Bauer Wir haben ein anderes Fahrzeug, erst über 7 Kontakt, zwei Mann, verbunden über die Wiese Sein Mann Ich glaub das hat eine FPK vergespissen Gehen wir, oder nicht Noch einen Sein Mann tot Na, einer ist überhaupt da Das kommt glaub ich von der anderen Seite Ja, das klang irgendwie weiter links Ist das einer von euch da unten? Ja, ich glaub direkt an den Stein parallel zu dem Ok Aber die schießen glaub ich von der anderen Seite des Canyons Mit Visier? Ne, aber mit Karte Nimmst du die nicht, dann nehm ich die Hat jemand von euch ne RPK? Oh Gott Ne Ja, müsste theoretisch eine Hilfe Ach, wie lange ist Hilfe Das ist nicht bei uns sie Das ist nicht bei uns sie Hilfe Ah, hier ist ne RPK Was kommt? Neiiiiiit 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 So, wir müssen jetzt den Park holen okay Neeiit Oh Sehr schön Sehr schön Heckrotor ist ausgefallen Ach doch, er ist noch gefährt, Rakeshi ist Haketen Heckrotor ist vollständig ausgefallen, der wird definitiv runter gehen Ja Wahrscheinlich ein bisschen schneller als gewünscht Naja, der geht unten ins Tal runter Ich glaube, der könnte sich vielleicht noch fangen Dafür autorotiert er jetzt schon zu viel Ja, der bremst zu stark Oh, der wird nicht auf der Wiese Wenn er auf der Wiese gelandet hätte, vielleicht Aber der geht hinten im Wald runter Ja Er könnte es schaffen, theoretisch, aber nein Ja, Trümmer Kommt doch hierher, bitte Vorne zur Felswand Kontakt, drei Mann Ah, der Hebel ist weg Ja, das Dumme ist, jetzt sehe ich den einen Typ nicht mehr Sind alle tot Oh, Scruffy, du bist aber noch ganz schön weit gefallen Ist auf der anderen Seite der Bahn Sag ich ja Wie mit Anlauf Ich habe es ja auf Video Ach, sehr schön Dankeschön Wir gehen kurz noch gucken, was die hatten Ja, dann komme ich doch mit Ich brauche einen Rucksack Die Hebel sind tief, das heißt es gibt heute Regen Ist das da hinten der Rest vom Heli? Ja Runde gegangen Müssen vor dem Zivi da sein Vielleicht hätte er erst bei uns die Leichen Ja, wenn er bewaffnet ist, kann man da schießen Ich habe noch die Beretter, die ich ihm danach in die Hand legen könnte Kann nicht lügen Graffy, hast du noch eine zweite Waffe, die wir Steffi in die Hand drücken können? Du hast den Rucksack mit den Pistolen Oh, das ist doch noch besser, die haben sich einfach gegenseitig erschossen Perfekte Geschichte Den Hinteren Den Vorderen Hinterm Hotel-Eingang ist noch einer Der Bein mit dem RPG Ja, das war der Okay, bin drinnen Hinter dir Die Rückseite scheint sauber Geh mal vorne rein Kontakt auf der Wiese südlich Komm da hinten im nächsten Waldstück hoch Von euch aus südwestlich Oh, unten direkt an der Außenmauer Daraus müssen noch welche sein Die sind da hinten den Hang hochgekommen In Richtung Eingang Oh, da steht noch wer Direkt an der Außenmauer Ich bin an der anderen Ecke Ja, hier war ja was Ja, hier war ja was Hier ist ein Waffencenter Ich bin gerade abgehauen Gerade abgehauen Wegen der Artillerie vielleicht Ne, ne, die sind Den Birken verschwunden Besitzt den Granatwerfer Hier ist noch mal ein Fahrzeug sicher Oben Ach, das ist ein GMG Vergas Ja Und ich habe keine Ahnung was die Granaten machen Da scheint was kaputze sein Deswegen Können wir uns wahrscheinlich auch freuen Dass die Kräuter mich nicht getroffen hat Ich bin jetzt wieder oben beim Hotel Um den UFC zu holen Hat aber scheinbar eine ziemlich flache Ballistik So, irgendwas ist eingeschlagen Ja Naja, das war ich Hast du ein 100? Du bist eingeschlagen Oh, ich habe ihn getroffen Ach, das gibt's ja nicht Einer hat tatsächlich getroffen Ich gehe auch zum, hoch, zu Neo Von rechts Hier liegen auch noch ein paar Leute Da rechts müssen noch zwei Mann Kommt auch hoch Dann können wir einfach die zwei Hedgebacks nehmen Komm lieber Freshman, komm Ähm, da ist ein Hein, Leute Steigt sofort aus Wo auch immer ihr drin seid Er kommt ein Hein Er sagte Freshman doch Ich gehe ihm aber nicht mehr zu Alter, ihr zickst Hab den Hein erwischt Hab den Hein erwischt Oh ja, er dreht sich Was ausgeschaltet Link dran, er kann immer noch Lenkte Raketen schießen Da ist Graphy Ja, wenn er das nicht Irgendwas angeschossen hat Ja, von vorne Straße runter Links oder links? Weiß hier nicht Ich habe nur gemerkt, dass wir Unter Schüsse kommen Die ist gerade jemand von euch So Serienmässig Das sind die Fahne, die wir meinen Jetzt habe ich beide Handys hier Halb aufgeschaltet Aber die schwirren immer noch rum Langsam die Traxen weggehen Das Gefühl sind zwei, oder? Ja 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 Was ist denn da hinter uns? Er ist nicht kontrolliert runtergegangen Ah nein, der schuft noch es wäre ein fondament vom hotel es wäre ein hotelfundament oh ja ich muss kurz nach vorne im haupt ein dann mögen achso stecke ich schon hier fehlt nur noch ein freshman besser ah wo zähle sind die denn wir haben wieder mit ketchup rumgespielt die autos nehmen und abhauen von hinten kommt was angefahren ja also ich höre im spectating dinge irgendwas großes ja das alles ist da groß ah es ist aber noch mehr offen wow ich habe etwas erwischt hier reparier doch nochmal den blauen wagen hoch auf den blauen wagen wie viel Uhr ist es eigentlich gerade kann ich nicht seit dem Kopf wir haben die Ecke auf den auf den auf den auf den Es liegt alles an dir. Die sterben alle, während ich vorne mitnachs freies Feld gefahren bin. Ja, die kommen wohl von hinten. Da hast du ihn erwischt. Ja. Oh Gott, das arme Auto. Ja. Irgendwann neben dir muss auch wer sein. Ich hab ihn ja, ich weiß. Ich setz mir den direkt vor mir. Dein Auto ist kaputt. Das könnte sich als Problem erweisen. Das war's nicht. Das war's nicht. Das war's nicht. Untertitelung. BR 2018